Hallo, ich bin Jasmin von Stempel-Doch-Mal.de und ich möchte euch heute zeigen, na, wird scharf, wie man diese Röschen hier herstellt und zwar braucht man dafür eine neue Stanze, die sieht so aus, die findet ihr im neuen Frühlingskatalog von Stempel-Up auf Seite 32, die ist so ein bisschen versteckelt, hier oben in der Ecke, nennt sich Spiralblume und ja, wie das funktioniert, wollte ich euch heute mal zeigen. Die Stanze funktioniert mit unterschiedlichen Materialien, weil das ja so eine dicke Stanze ist. Kann man zum Beispiel auch Stoff damit schneiden oder Filz oder Kork, ganz dünnes Metall geht sogar, also das eignet sich jetzt nicht für solche Blumen, aber für irgendwas anderes halt. Ja und ich habe heute die Röschen mal aus verschiedenen Papierarten gemacht, das hier ist einmal Pergamentpapier, das ist jetzt auch neu, das ist schon bedruckt mit goldenen Pünktchen oder Streifen oder Herzchen. Dann habe ich es mal aus normalem Designerpapier gemacht und aus Farbkarton. Und ich zeige euch heute mal zwei unterschiedliche Arten, wie man es aufdrehen kann und überhaupt, wie es gemacht wird. Und dafür brauchen wir erstmal die Big Shot. So, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen rauszoomen. So und zwar brauchen wir hier diese Multiplatte nicht, weil die Stanze ja schon so dick ist, reichen uns die zwei Acrylplatten. Erstmal eine unten drunter legen und dann kommt die Stanze. Und jetzt könnt ihr sogar mehrere Schichten Farbkarton damit stanzen. Ich habe es mir mal ausgemessen, das Papier müsste elf mal zehn Zentimeter sein, dann passt es genau hier drauf. Ich habe jetzt hier drei Lagen, die kann ich jetzt auf einmal durchstanzen. Dann müsst ihr jetzt wieder die zweite Platte oben drauf machen und einmal durchkurbeln. Das Knacksen ist wie immer normal, das bedeutet nur, dass es geschnitten hat. So, dann kann die Big Shot schon wieder weg. So, und so sehen die dann aus. Jetzt zoome ich mal wieder ein bisschen ran. Das ist halt Abfall, wobei das auch ganz lustig ist. Kann man vielleicht auch irgendwas mitmachen. So, dann brauchen wir die Stanze schon nicht mehr. Und jetzt habt ihr hier diese Rohlinge und die kann man jetzt erstmal so ein bisschen bearbeiten, indem man sich da mit dem Falzbeil schon mal so ein bisschen Struktur reinbringt. Es fängt sich dann an, schon so ein bisschen von alleine aufzurollen und die Fasern vom Papier werden so ein bisschen zerstört und dann lässt es sich nachher einfacher rollen. Müsst natürlich aufpassen, was ihr da für Papier habt. Wenn ihr da Designerpapier verwendet, dann könnt ihr da nicht ganz so fest ziehen, weil dann reißt das euch natürlich kaputt. Was auch eine schöne Möglichkeit ist, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber das könnt ihr ja mal ausprobieren, das Ganze jetzt nass zu sprühen, dann so ein bisschen zu zerknautschen, wieder öffnen, trocknen lassen und dann zusammenrollen. Dann gibt das auch nochmal so einen ganz anderen Look, so ein bisschen natürlicher. Wenn man möchte, dass die Blume so eng zusammengerollt ist wie die hier, dann fängt man jetzt einfach an, mit den Fingern das Ganze zusammenzurollen, bis man irgendwann am Ende ist. Ich mache zwischendurch schon mal meine Heißklebepistole an. Ich habe hier so eine Silikonmatte, die ist auch von Stampin' Up. Da lässt sich dann der Kleber von mir ablösen. Ganz praktisch, wenn man mit Heißklebepistolen arbeitet. So, und irgendwann seid ihr dann so weit beim Aufrollen, dass hier unten dieses Plättchen übrig bleibt. Das ist dann quasi der Boden. So, und wenn man es wieder aufrollt, das macht nichts, dann springt die so ein bisschen auf. Bei der zweiten mache ich es jetzt so ein bisschen offener, dass man zum Beispiel wie hier so ein Perlchen reinsetzen könnte. Und da nehme ich mir einfach irgendeinen Pinsel oder irgendein Stäbchen und fange da drauf an zu wickeln. Dann wird es halt nicht so eng und man bekommt quasi so ein bisschen eine offene Blume. So, irgendwann kann man das Werkzeug dann wieder weglegen und wieder mit den Händen weiterrollen. Und auch wieder so lange, bis man hier unten am Deckel angelangt ist. Und hier an dem Deckel macht man sich dann jetzt einfach ein bisschen Heißkleber hin. Das funktioniert wirklich am besten mit Heißkleber. Es geht zwar auch der Tombow, der Flüssigkleber von Stampin' Up, aber das braucht einfach zu lange zum Trocknen. Da bin ich zu ungeduldig zum Warten. So, ein bisschen andrücken. Dann können wir das schon mal zur Seite legen. Dann klebe ich noch die andere. Immer ein bisschen drücken und warten. So. Und wenn ihr möchtet, so sieht es ja auch schon sehr süß aus, aber wenn man möchte, kann man jetzt die Blätter noch so ein bisschen bearbeiten und das so leicht nach außen biegen. Das, was ich vorhin erzählt habe mit dem Einsprühen, das würde dann bewirken, dass es noch echter aussieht. Dann braucht man das hier wahrscheinlich gar nicht machen. So, und da das jetzt innen drin halt diese Öffnung hat, könnte man da jetzt zum Beispiel eine Perle reinsetzen. Ich habe mal hier so eine alte Perlenkette zerschnitten, weil ich die nicht trage und auch nicht wegschmeißen wollte. Die würden da jetzt schon perfekt reinpassen. Aber man kann das auch noch ein bisschen pimpen und hier dieses schöne Röschenband nehmen. Da schneide ich mir jetzt einfach mal so eine Ecke von ab. Braucht da wirklich nur so ein kleines Stückchen. Dann rolle ich mir das auch so auf. Das ist jetzt auch die passende Farbe, das ist Altrosé, also der Farbkarton und das Band ist gleich. Dann mache ich mir unten in die Rose so einen Klecks Heißkleber wieder rein. Und dann setze ich da das Band rein. Und dann hat die Rose nochmal so ein nettes Innenleben. Wer möchte, kann da jetzt auch noch ein Perlchen reinsetzen, aber das fände ich persönlich jetzt schon zu viel. Ja, und die kleine, da passt natürlich auch eine Perle rein, aber die ist ja eigentlich so auch schon perfekt. Da kann man, wenn man will, auch die Ecken noch ein bisschen bearbeiten. Man kann auch jetzt zum Beispiel, Moment, spontaner einfallen. Diese Schwämmchen hier verwenden. Ich habe jetzt halt die passenden Farben, aber ich zeige es euch nochmal, wie ich es meine. Wenn man damit die Ränder jetzt so ein bisschen mit Tinte wischt, dann gibt das auch nochmal so einen tollen Effekt. Dann ist es so ein bisschen zweifarbig. Ja, und mit den Röschen kann man jetzt natürlich ganz viele Sachen machen. Man kann die auf Verpackungen kleben, auf kleine Boxen, auf Tüten oder ich habe auch schon gesehen, dass manche sich ein Haarreif damit gemacht haben. Oder, naja, auf Karten ist es ein bisschen dick, aber wenn man die persönlich überreicht, würde es ja auch noch funktionieren. Was ich mir jetzt gemacht habe, was ich ganz schön fand, Achtung, nochmal zurück. Ich habe mir so einen Türkranz gemacht. Das ist so ein ganz einfacher Styroporkranz aus dem Blumengeschäft. Und den habe ich mit diesem, wie heißt es, ich komme gerade noch drauf, mit diesem Band hier umwickelt. Und dann habe ich mir nur hier unten an die Ecke, also so hängt er, hier oben hänge ich ihn auf, nur an die Ecke ein paar Röschen gesetzt und ein paar Blätter noch ausgestanzt. Und die Rosen sind alle aus unterschiedlichem Papier. Manche haben ein Perlchen, manche nicht. Ja, und das hängt an meiner Eingangstür, finde ich eigentlich ganz süß. Also man kann wirklich schöne Sachen da mitmachen und ein bisschen rumprobieren. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut!